Ja, hallo Leute, willkommen zu QuizTits Italia Gold Edition. Ja, auch wieder sehr, sehr einfache Platin. Spiel kostet 2,940, kann 8,950 werden, PS4, PS5, EU, US, Asien Version und die Japanische Version. Leider kein Cross-Buy, aber wir können es ja. So, fangen wir mal an. Wir haben Gold Edition, 11, Gold Trophäen und eine Platin. Naja, vielleicht wenig, aber ist okay. Wir müssen wieder tippeln, X und Kreis. Wir machen wieder 105 richtige, 105 falsche, bei uns bei etwa 20, 5 ist richtig falsch. Wir müssen auch 4, 1000 Punkte erreichen, das haben wir schnell. Wir sind eigentlich unter einigen Minuten durch. 105 точки, 105 jumping options. Und eine 5 richtige. Und eine 5 falsche. und christmas egal ja auch wieder sehr einfach